Hast du ein Fenster gerade neben dir irgendwo drin? Ja, also... Ja, super, pass auf. Dann machst du jetzt folgendes, nimmst das Piano, schmeißt es einfach raus und denkst am besten in Zukunft gar nicht mehr dran, irgendwie nochmal ein Piano anzufassen. Super! So! R-E-W-R-N-S-I-D-O Leute, herzlich willkommen zu einer Folge Ultratalent! Yeah! Mit dabei ist heute der liebe Sascha, hi! Der liebe Sascha, hi! Ja, ich muss euch folgendermaßen die Situation jetzt gerade hier erklären. Ich weiß auch nicht, wie ich auf die Idee komme, nachdem ich bei Rewi war und mit Rewi schon bei Rewi gedreht habe, heute nochmal hier bei mir daheim mit Rewi hier um 12.20 Uhr zu drehen. Ich hatte drei Stunden Schlaf, dementsprechend werde ich mal heute ein bisschen strenger sein mit den Gästen, aber Rewi, mach du weiter. Okay, gut. Fangen wir an mit Commander Donkey. Okay. Sie singt etwas von Ariana. Was singst du von Ariana? Ähm, ich singe Dangerous Woman. Okay. Sascha, das Lied magst du? Ich muss echt sagen, das wird jetzt ganz schwierig hier für dich. Wie heißt du denn? Ich heiße Gina. Gina, das wird ein ganz, ganz, das wird ein ganz schweres Ding für dich, weil das ist tatsächlich mein Lieblingslied und ich kann es nämlich auch auswendig in jedem Ton und jeder Lage. Aber fang doch einfach mal an. Ähm, wenn ich es mir jetzt so recht überlege, dann eher nicht, nein. Aber fang an. Okay. Oh, did you got skin to skin? Oh my god, don't you stop by something about you? Das war, fand ich sehr gut. Schön. Ja. Ja. Tina, weißt du, was das Gute an Träumen ist? Ja. Man kann immer an Träumen festhalten. Hm. Mehr sag ich jetzt mal nicht dazu. Also Rewi, es ist doch zum Kotzen. Es ist zum Kotzen. Die Leute kommen hier rein. Ja, hallo, ich singe etwas. Ja, ich singe etwas. Warum, warum singen denn alle? Ist es hier DSDS oder was, Mann? Es waren ja zwei Kandidaten, die das gesungen haben. Ja, ich kann noch, ich bin mir noch sicher, dass hier noch der ein oder andere singt. Da bin ich mir sicher. Mindestens noch vier Stück, ey. Willst du noch jemanden grüßen? Willst du noch jemanden grüßen? Eigentlich so, wenn ich jetzt hier die Chance geben würde dazu. Ja, dann schreist das zwar sowieso dazu, aber ich grüße meine wunderbare Community. Wow. Ja, das geht doch. Nee, nee, also du kannst jetzt, ich mein, das ist ernst, du kannst jetzt echt jemanden bei Namen grüßen. Also wenn du einen Freund oder so hast, der auch Rewi schaut. Nee, 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 ja, dann grüße ich meine Klasse. AAAAAAAH! Alles klar, Digga! Darf ich noch ein wenig grüßen? Äh, Jeremy Pascal, ähm, auf die Frage jetzt, ob du jemanden grüßen darfst, ähm, gebe ich dir jetzt mal eine Antwort, die folgendermaßen geht. Halt doch einfach deine Fresse und verpiss dich. Alles klar, Evi, komm, weg mit dem, ey. Ähm, Mann, was, was sind das? Woher kommen diese Menschen, Mann? Die kommen doch aus dem, aus dem letzten Eck kommen die immer wieder so. Was soll das, Mann? Du kannst dein Laptop kaputt machen. Ja. Ja, mach mal. Wieso? Ja, mach. Okay. Warte. Okay, und los. Was? Ist das dein Ernst? Ja, und das war mein Hetzt auch mit dabei. Ups. Was? War toll, oder? Hey, Rewi, das ist genau das, was ich meine, Alter. Ich sag, vor zehn Sekunden mach ich's Maul zu, dann kommt der Typ und der... Halt du mein Maul. Ey, Rewi, gib mir mal bitte recht, dass ich hier Leute schneller kicken kann vom Channel und so, Mann. Dann machen wir das ganz kurz so. Sascha, move jetzt mal, Leute. Ey, Mann, Alter. Ich lebe hier zurück, Sascha, mach du das einfach. Alles ist besser, alles ist besser, als Rewi zu sein. Und ihr habt das nicht gekappt. Reicht schon, reicht schon, also ich muss jetzt... Ja, ja, genau. Also ich muss echt sagen, bis jetzt war das der... ...beste Auftritt, den ich jetzt hier so in der Sendung erlebt habe. Gesangsmäßig bist du unter aller Sauer, aber das weißt du ja selber. Aber ich muss echt sagen, so, der Text, den fand ich gut. Guten Tag, hallo. Ahoy, Piraten. Was ist das? Ähm... Ja, komm, mach einfach. Habt ihr Bock auf den Todes... Nein, haben wir nicht, aber mach jetzt! Okay. Och, meiiin. Oh, Alter. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Was geht hier ab? Ey, ich seh doch direkt hier, der kann den Lizard, Mann, so voll machen. Ey, ich glaub, der Durchschnitts-IQ auf diesem TS hier liegt einfach mal wirklich bei... ...würzig oder so, Mann. Ey, hier, komm, Baustellenbernd. Komm, Baustellenbernd, rette uns, Mann, rette uns. Hallo, ich bin Baustellenbernd. Ja, alles klar, so. Was kannst du? Ich kann singen. Ja, super, super. Nee, aber ich muss echt sagen, singen ist innovativ und neu auf diesem Teamstück hier. Generell in dieser Sendung. Äh, leg doch einfach mal los. Alles klar, okay. Ich ging wie ein Ägypter, hab mit Tauben geweint. Also, du kannst jetzt gerne anfangen. Ich ging wie ein Ägypter, hab mit Tauben geweint. Kommt da heute noch was, oder müssen wir warten? Fang an. Ich ging wie ein Ägypter, hab mit Tauben geweint. War ein Foto-Kind wie ein rollender Stein. Also, ganz ehrlich, wenn's so weitergeht, dann schlaf ich ein. Ich hatte weniger als vier Stunden Schlaf. Also, wirklich, ich würde mich nochmal bei dir melden persönlich, wenn ich mal nicht einschlafen kann. Weil, das ist, was du hier hinlegst, ist ja, das ist ja langweiliger als keine Ahnung. Da ist ja nichts dahinter. Da ist ja nicht mehr... Ach, weißt du ja selber, dass du einfach scheiße bist, oder? Ey, ich hab eine Frage, Revi. Wer hier in dem T-Speak sucht die Leute raus? Wer ist das? Soll ich ihn mal hochmoven? Ja. Er sucht immer die Leute mit raus. Da, Hendrik. Äh... Junge, was tust du mir hier an, Alter? Hab ich dir im Leben schon mal irgendwas getan? Hab ich dir irgendwas getan, Hendrik, Mann? Du, die größten Spastis waren bis jetzt da. Okay, die Gina. Okay, die... Manche schreiben wieder, oh, die konnte voll schön singen und so. Juckt mich nicht. Aber der Rest war einfach nur durch... Durchweg einfach nur Flachwichser. Als würde es sich so anhören, wenn Schildkröten bumsen. Ich glaube tatsächlich, es hört sich wirklich so an. Du wirst noch viel erleben. Du musst diesen Test bestehen. Es kommt der Tag, an dem du dein Ziel erreichst. Guckst du mir jetzt in die Augen? Ja, ich schau dir in die Augen. Junge, was guckst du mich an, Alter? Willst du Stress? Okay. Schau mal. Los, Shigi. Du bist dran. Gut, wenn wir sind... Tare! Setz Blubber ein. Wie es weitergeht, erfahren Sie nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Man, was ist... Kati, Ben und Markus, Ben gegrüßt. Mann! Ja! Halt die Fresse, du Spaß, Mann. Warte mal ganz kurz hier. Tschüss, Alter. Wie lange hast du den gebannt? Dauerhaft. Ja, ich fand den dauerhaft jetzt die einzige Lösung hier, die man auch mal als Notlösung hier ziehen musste. Einfach so. Ist doch alles klapp? Morde kein Rigby. Mein Nachname ist... Ach, Mann, Alter. Da krieg ich so gar keinen Bock mehr. Nee, jetzt hör... Stopp. Nein! Ja. Danke. Ich denk mal, heute ist auch der Tag, wo am meisten jetzt mal Leute von RIVI's CS einfach gebannt werden. Du kannst Piano spielen. Mann! Es ist verschwendete Zeit hier! Komm, Tino! Alles klar. Mann! Äh, hört ihr das? Nein! Okay. Ich hör dich doch im Hintergrund atmen, oder? Ja. Er atmet doch, oder? Ja, natürlich atmet, Mann. Tino, kriegst du noch Luft, Alter? Ja, ist ganz knapp, Mann. Ganz knapp. Ja, ich merk's nämlich. Was ist denn da los, Alter? Ich weiß jetzt gar nicht. Ich hab nur Asthma entfällt. Verstehst du? Ach so, aber jetzt, keine Ahnung. Ich find jetzt atmen kannst du besser als Piano spielen. Das ist aber auch natürlich eine krasse Übungssache. Ähm, Tino, ich würd's einfach folgendermaßen machen. Hast du ein Fenster grad neben dir irgendwo drin? Ja, also... Ja, super. Pass auf. Dann machst du jetzt folgendes, nimmst das Piano, schmeißt es einfach raus und denkst am besten in Zukunft gar nicht mehr dran, irgendwie nochmal ein Piano anzufassen. Super. So. Aber ich hab ja noch was mit Stimmung hier, Wolfgang Petri. Guten Tag. Halt's Maul! Oh. Alter. Ich muss echt sagen, das war bis jetzt die beste Begrüßung hier, da kommt einer rein. Halt's Maul, find ich echt bis jetzt schon mal eine super Leistung. Ja komm, mach jetzt, los. Er kann nur noch bergab gehen. Ja. So, Wolfgang Petri heute wieder, hier. Jungen, meine Fans. Ach, was wollt ihr denn dabei? Grüße zu dir, Denise, Julia, Vivian, Filledet, Yannick. Und natürlich meine Katze. Oh, scheiße. Ich hab fast schon einen Mann. Ach, Mann. Ich hab ohne Wartung gebrannt. Sie war jung. Oh. Und wir gegen uns. Sascha, bist du noch da? Ich wünschte, ich könnte Nein sagen. Hola, Chica. Ja? Heute machen wir eine Hola, Chica auch, ja? Ja? Ja. Und ähm, kurse Schuhe, ja? Ja? Ja. Ja? Ja. Ja? 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 Das war richtig gut, der, oh mein Gott, der, ja, so. Das hat mich richtig gefreut gestern, ja, um Emotionen. Das ist auch eiskalt durch, der hört gar nicht aufzureden. I promise I don't wanna hug you but I need to breathe. But at the end of it all you still my best friend. But there's something inside that I need to read. Sascha? Mama, was? Ja, ich komme gleich zum Essen, ne? Sascha? Nee, ich muss hier nur noch kurz was drehen. Ich muss jemandem zuhören, aber die kann eh nicht sehen, ich bin gleich da. Ja, Sascha, dein Feedback? Äh, nee, ich würde es einfach folgendermaßen machen. Ähm, Hendrik, ja, nein. Ja. Ähm, Revi, du, ja, nein. Ja. Also, dann höre ich hier auch wieder dreimal nein aus. Ähm, es war natürlich auch klar, dass der letzte Gast hier auch nichts drauf hat, außer Zahnbelag. Aber, ich hoffe doch einfach mal, dass es bei der nächsten Episode alles besser wird. Ähm, wie heißt denn du mein Name? Laureen. Laureen? Laureen, ich bitte dich einfach, ja, vergiss doch einfach diese TS-IP hier. Komm nicht mehr raus. Ähm, geh doch einfach zu irgendjemand anderen auf dem TS, um den dann irgendwie voll zu singen, weil, ähm, ja. Vielleicht auf deinen TS? Perfekt. Ja. So. Ja, Leute, Sascha, ähm, du hast ja jetzt hier so ein bisschen die Moderation an dich gerissen. Oh. Das war's, Leute, von, äh, von, von Ultratalent. Ich denke mal, Saschas Leben wurde wieder um einige Stunden, äh, bereichert und, äh, wir haben ja auch gemeinsam hier wieder Kandidaten gehabt, die, äh, sehr, sehr viel Talent gehabt haben. In diesem Sinne, ähm, würde ich mich einfach freuen, äh, über einen Daumen hoch, ähm, schaut bei Sascha vorbei und, ähm, abschließende Worte von dir vielleicht noch, Sascha. Gut, das war's dann vom Ultratalent, Leute, ähm, auf Wiedersehen, macht's gut, tschüss. correctly. Untertitelung des ZDF, 2020